In diesem Monat im Jena abgelöst von seinem Landsmann Chuxin. Bei den Herren auf den Hau, bester Nicht-Chinese, ist... ...die ersten Minuten, im ersten Ballwechsel wird geschaut. Super Ballwechsel. Finale orientieren. Na, bitte! Hat in Polen im Vorjahr das World Tour-Turnier gewonnen im Doppel. In Korea, in Incheon, im Doppel, den 2008, hat damit der Mannschaft mit der japanischen den zweiten Rang geschafft. Einstellungen. Es ist immer schön, wenn man so... Das kann nicht wirken. Alles Chancicke. Zwei Satzball. Aber davon ist man weit entfernt. Na, bitte! Zehn Jahren hat Werner Schlager in Paris seinen größten Erfolg gefeiert. Jetzt hat sich zum Weltmeister die Europameisterschaften der allgemeinen Klasse startet. Ein Full... Großer, ganz großer Tisch! Großer! 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 Diese Chan-Chicke, den Chinesen konnte man aber zu deiner, in der mal plus zwei in Sätzen vorne ist, wieder zu kommen. Hier das Ganze noch einmal. Boah! Ja, 6 spielt ab 17.30 Uhr bei den Damen und bei den Herren. Der große Finaltek. Da beginnt dann morgen unsere Live-Übertragung ab 10.25 Uhr. Nein, super Vorhand-Duelle der Partie. Der Japaner Kenta Matsu-Daira. Ganz weit hinten, beide weit entfernt vom Tisch. Und der fünften Satz. Und ich glaube aber, wer diesen Satz gewinnt, diesen fünften, der wird das Ding dann am Ende auch wohl machen. Das ist meiner Meinung nach eine kleine Vorentscheidung. Super rückernd, wie das. Ja, ja. Na ja, gut. Ein bisschen aufgebracht. Bekommt auch kein Preisgeld. So aus, als würden wir einen Sieben. Plötzlich geht wieder gar nichts beim Olympiasieger. Mit. Die. So. Nicht geben. Er zieht voll die Vorhinein. Zu Druck voll. Das ist der kleine, aber feine Unterschied jetzt in dieser Partie, in diesem letzten Satz. Sehenswerter Parallel. Das war's. Gratulation an den Olympiasieger, an den Chinesen, an die Nummer eins, an die Nummer zwei der Reims. Aber das war ein ordentliches.